Der Landal Ferienpark in Winterberg liegt am Rande eines Skigebietes sowie am Rande der bekannten Sprungschancen. Am Fuße des Berges gibt es dieses Zentrumsgebäude sowie auch die Hütten, die man am Rande des Skigebietes sieht. Im Zentrumsgebäude gibt es ein kleines Schwimmbad. Ebenfalls vorhanden ist hier ein kleiner Supermarkt. Der Ferienpark an sich geht von hier aus den Berg steil hoch, so dass sich alle Ferienhäuser, hier sieht man das ganz deutlich, am Hang befinden. Es ist hier quasi fast möglich vom Ferienhaus aus direkt auf die Skipiste zu gehen oder zu fahren. Hier ist ein Überblick über das Skigebiet. In der schneefreien Zeit gibt es fußläufig von hier entfernt auch zwei Sommerrodelbahnen sowie mehrere andere Freizeitmöglichkeiten. Der Erlebnisberg Kappe ist ebenfalls zu Fuß erreichbar. Man muss hier geradeaus nur durch das Tal gehen. Das ist hier gefilmt jetzt von dem Lift an der Sprungschanze. Der Erlebnisberg Kappe befindet sich quasi in dem Moment der Aufnahme eben direkt hinter mir. Abschließend noch ein paar Eindrücke aus dem Ferienpark an sich. Dafür bin ich einmal relativ weit hoch in den Park gegangen und habe dann dort vor allem die Aufnahme nach unten geschränkt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.